Balsamik ist immer noch das Tool meiner Wahl, wenn es um Wireframes geht und beim Wireframe erstellen sind mir tatsächlich mal drei witzige Easter Eggs, also so kleine versteckte Funktionen in Balsamik aufgefallen und die will ich heute einfach mal mit dir teilen. Hallo, ich bin Indra und wenn du mehr über UX Tools lernen willst, dann abonnier den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Die erste versteckte Funktion habe ich tatsächlich schon häufiger genutzt, weil ich sie irgendwie auch witzig und auch hilfreich finde. Und zwar unter View, hier oben, gibt es die Option Play Background Music, also Hintergrundmusik abspielen. Und wenn man das Ganze hier abspielt, dann hört man so eine seichte Musik im Hintergrund. Ich mache das mal wieder aus. Also ich finde, es ist irgendwie so ganz beruhigend und man spielt ja doch mal gerne, wenn man so überlegt, so Musik ab oder wenn man vielleicht irgendwie im Büro sitzt und nicht abgelenkt werden will. Und das ist irgendwie direkt mitten im Programm drin. Also ja, irgendwie eine witzige Funktion. Die nächste Funktion, die ich gefunden habe, ist vielleicht nicht ganz so hilfreich wie die Musik, aber fand ich auch super witzig. Unter Hilfe, also Help, findet man die Funktion What should I make for dinner? Also was soll ich zu essen machen? Also oder zum Abendessen machen? Und hier gibt es jetzt ein Rezept, um ein Kürbis Shepherd's Pie zu machen, inklusive Video von Balsamik. Also ich finde es mega witzig und ja, vielleicht hilft es auch, wenn man einfach gestresst ist und nicht weiterkommt und dann zu sagen, oh ja, ich gucke mal, was könnte ich denn zu Abendessen machen? Richtig gut. Und die letzte Funktion finde ich tatsächlich auch wieder super praktisch, wenn man designt, weil manchmal steckt man ja einfach fest. Wieder unter Hilfe gibt es hier die Option Get Inspired, also werde inspiriert. Und so gibt es jetzt hier jede Menge Zitate von verschiedenen Personen, ja, to find ideas, find problems, to find problems, talk to people. Also um Ideen zu finden, finde Probleme, um Probleme zu finden, sprich mit Personen. Ja, so ein bisschen wie geh raus und sprich mit den Nutzern. Und ich glaube vielleicht manchmal, wenn man so ein bisschen feststeckt, hilft es einem vielleicht dann auch einfach, ja, mal so ein paar neue Impulse zu bekommen. Und hier kann man sogar neue Zitate mit hinzufügen. Natürlich gibt es dann hier neben den Inspirational Quotes auch praktische Tipps oder über Wireframing, ja. Oder hier zum Beispiel so was mache, was nötig ist, um das Projekt nach vorne zu bringen, weil es ist auf jeden Fall hilfreich, eine Idee zu bekommen, was man bauen möchte, bevor man damit startet, es zu bauen. Und dafür sind quasi Wireframes wichtig. Ich finde es auch einfach eine ganz witzige Sache, wenn man jetzt vielleicht einfach ein bisschen feststeckt. Vielleicht gibt es einem ja einen kleinen Impuls. Außerdem kommt man hier übrigens auf die Balsamic Wireframing Academy, wo man auch hier zum Beispiel Videos anschauen kann oder auch Kurse, UI Guidelines. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehen will, was gibt es zum Beispiel für Text Input Guidelines, ja, was für Styles es gibt, welche Borders man hat und so weiter. Also hier kann man auf jeden Fall auch noch einiges lernen. Klar ist es alles in Englisch, aber trotzdem hat man hier dann nochmal direkt den Zugang, um einfach noch so ein bisschen mehr darüber zu lernen, wenn man da vielleicht noch denkt, man will da noch ein paar Lücken auffüllen. Falls du anstatt der Englischen Akademie lieber ein deutsches Tutorial haben willst, dafür habe ich gesorgt. Ich habe ein ganzes Tutorial-Video mal zu Balsamic gemacht. Schade doch mal rein. Falls du die Easter Eggs auch so witzig fandest wie ich, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.